Die Arbeiten in unseren Videos werden durch einen Fachmann ausgeführt. Alle Erklärungen sowie Durchführungen sind lediglich eine Empfehlung der Anbieter. In diesem Video möchten wir Ihnen die Reinigung Ihres Eiswürfelbereiters erläutern. Schalten Sie das Gerät zuerst aus und ziehen Sie den Stecker. Schrauben Sie dann die obere Abdeckung ab und nehmen Sie diese nach vorne ab. Sie können jetzt die Wasserschale reinigen. Schalten Sie dann das Gerät ein und lassen Sie es die Wasserschale leeren. Nehmen Sie jetzt das Gitter innen ab und reinigen Sie die Auffangschale. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Reinigen Sie dann die Eisschale. Setzen Sie dann das Gitter wieder auf und schrauben Sie es fest. Sie können nun die obere Abdeckung wieder aufsetzen und festschrauben. Sie können jetzt die Eisschale. Sie können die Abdeckung wieder auf der Eisschale. Sie können auch nicht mit dem Schrauben der Auffangschale. Sie können die Eisschale. Sie können die Eisschale. Sie können die Eisschale. Untertitelung des ZDF, 2020